Wenn du eine starke Lampe, mit richtig Wumms, aber einen guten Budget suchst, dann kannst du über die TrueNight T2 nachdenken. Wenn du wissen willst, was diese Lampe kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show Problems und schön, dass du dabei bist. TrueNight T2, eine Lampe mit gutem Budget und viel Leistung. Und dieser Style hier, schauen wir uns jetzt an, schauen wir mal her. Betrieben wird es mit einem Akku, einem 21700er. Das ist schon ein richtig fettes Teil, 500 mAh, 5000 mAh, also da tut sich schon das eine oder andere. Dann laden direkt an der Lampe, das heißt, du brauchst nicht irgendein Ladegerät, wo du dann den Akku reingibst, sondern einen USB-C Anschluss. Das Ladekabel ist im Lieferumfang natürlich enthalten und eine Tasche und ein Bundle und irgendwelche Ohrringe, aber das ist irrelevant jetzt für das Erste. Ich zeige dir dann nachher die sechs Models, die es gibt, aber ich habe ein bisschen Geduld mit mir. Der Clip ist so gemacht, dass du einerseits mal die Lampe so fixieren kannst, wo auch immer, oder so fixieren, wo auch immer. Zum Beispiel auf einem Molleteil, übrigens das ist alles billige Eigenwerbung hier, den Molleteppich hier hinter mir, den gibt es natürlich auch zu kaufen, aber ich gebe dir da unten den Link, das ist nicht der Punkt. Diese Lampe hier hat mich, ich habe die jetzt zweieinhalb Wochen im Einsatz, positiv überrascht, das siehst du jetzt dann nachher, wenn wir dann auch rausgehen und die Modis uns anschauen. Aber sechs Modi, das heißt, durch einmal kurz da drauf drücken, schaltet sich die Lampe ein und das ist jetzt der Low-Modus, dann durch längeres Drücken kommt der Medium-Modus und dann der High-Modus. Das ist nicht der stärkste, aber so funktioniert das und durch einmaliges kurzes Drauftippen ist die Lampe auch wieder aus. Das bedeutet, diese Lampe kann, wenn du sie nicht sperrst, da gibt es dann auch eine eigene Funktion dazu, durch nur kurzes Draufdrücken schaltet sie dir ein, das heißt, da brauchst du eine Lösung dafür. Das eine wäre wirklich, dass du hier am Kopf drehst, weil dann ist auch ein Ausweckerkontakt mehr da ist, oder man kann das auch über den Schalter machen, aber dazu später. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, zum Beispiel zu einer Vergleichslampe, dieser Nightcore hier, weil da muss man lang auf die Taste draufdrücken, und da ist es gerade umgekehrt. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Übrigens, die spielen ungefähr in einer selben Liga, zwar nicht im Preis, sondern von der Leistung her, weil auch diese True Night T2 hat einen riesigen Strahlbereich, aber das sehen wir jetzt dann gleich. Das sind einmal die Standard-Modi. Und dann kann man jetzt hergehen und hier, das ist übrigens auch der Ladestand-Anzeiger, rot ist schlecht, blau blinkend ist, es geht gerade noch so und blau ist, alles ist in Ordnung zum Aufladen her. Gut, aber das wollt ihr eigentlich gar nicht sagen. Ich komme durcheinander, ich bin ein blauer Tasche. Durch zweimal kurz klicken hier, durch zweimal kurz klicken kommt der Power-Modus, das ist der Turbo. Jetzt bitte aufpassen, das ist der Strobe-Modus. Bitte, für die Leute, die ein bisschen sensibel sind, bitte jetzt wegschauen. Nämlich dreimal kurz klicken, dann kommt der Strobe-Modus. Und dann muss man halt dazu sagen, das ist keine klassische taktische Lampe, wo man einmal kurz draufklickt oder länger draufdrückt und der Strobe ist da. Also du musst hier wirklich, ich schalte ihn noch einmal ein, eins, zwei, drei kurz hintereinander geben, damit der Strobe kommt. Er ist jetzt wieder weg, kannst du wieder herschauen. So, das sind, jetzt habe ich schon fünf Modus hergezeigt. Den Turbo, den Strobe, dann den Low, Medium und High und dann gibt es noch einen Firely-Modus. Firely, was auch immer das bedeutet. Wenn du weißt, was das eigentlich heißt und warum das Firely heißt, dann schreibt unten in den Kommentaren, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich nicht, gar nicht. Und zwar, das ist so ein, es ist ganz leise, leise, nein, nicht leise, sondern ganz schwach das Licht natürlich. Durch langes Draufdrücken, da kommt dieser Modus. Siehst du, das ist gerade einmal sichtbar, wenn man Karten lesen will oder sowas und ganz wenig Licht produzieren will. Da ist übrigens auch der Ladeanzeiger ausgeschaltet. Ja, das ist ganz einfach so. Das werde ich da jetzt draußen gar nicht zeigen, weil das Licht ist wirklich nicht der Rede wert. Das ist gerade einmal gut genug, um hier im Nahbereich etwas zu tun, mehr aber nicht. Einmal kurz klicken und die Sache ist wieder weg. Gut, jetzt gehen wir raus und schauen, was das so an Power hat. Na, dann schauen wir uns gleich einmal an, was sie so kann, unsere kleine Lampe. Jetzt schalte ich sie noch einmal aus, schalte sie ein und jetzt schalten wir den High-Modus ein. Dann gehen wir in den Low-Modus. Der Low-Modus, der ist dazu da, um den Nahbereich auszuleuchten. Also, ich weiß, das sieht man jetzt nur so ganz, ganz leicht, aber zum Weg ausleuchten oder im Lager noch einmal schauen, ob man alle sieben Sachen beisammen hat, reicht dieser Modus auf jeden Fall aus. Das kann ich gleich einmal dazu sagen. Aber klar, das ist jetzt nicht unbedingt der Lichtschwert-Modus. Wenn ich jetzt noch einmal stärker gehe in den Medium-Modus, da kann ich den Umkreis schon wirklich einmal vernünftig ausleuchten. Also, da tut sich schon einmal was und dann jetzt noch einmal, so wie schon zuvor, damit ich die Taste jetzt finde, den High-Modus. Also, da kann man auch schon richtig schön in die Distanz gehen. Gut, dann den Strobe, den spare ich mir jetzt, aber den Turbo-Modus, den wollen wir uns einmal anschauen. Und dazu schalte ich das lustige Teil einmal ab und dann drücke ich zweimal kurz. So, und dann habe ich den Turbo-Modus. Also, ja, der ist dann noch einmal etwas stärker. Ich weiß, die Kamera fasst das heute nicht so toll ein, weil es ist leicht neblig. Ich weiß nicht, ob du das siehst, also das ist nicht ganz optimal, aber da tut sich schon einiges. Also, für das Ausleuchten des Nahbereichs, so rundherum, ist das auf jeden Fall eine wirklich coole Lampe. Ja, und zu guter Letzt noch diesen Firefly-Modus, der ist wirklich nur für den absoluten Nahbereich jetzt gedacht. Also, ich sehe den Boden jetzt gar nicht, also das ist wirklich nur für ganz nah hier gegeben. Und ja, dieser Modus ist aber trotzdem wichtig, weil der die Sperre ist und das habe ich gerade vorher vergessen. Das müssen wir gleich nachholen. Ah ja, jetzt habe ich ganz vergessen, wie man die sperrt. Das habe ich jetzt vergessen zu zeigen. Nein, das geht so. Und zwar, du kannst dir noch erinnern, dass man lang drücken muss, um diesen Firefly-Modus zu haben. Und wenn ich jetzt kurz drauf drücke, dann ist sie aus. Wenn ich aber cool bin, wenn ich cool bin und sage, ich möchte das jetzt sperren, ohne jetzt den Lampenkopf aufzutrennen, dann mache ich folgendes. Ich drücke lang drauf, dann kommt wieder dieser Firefly-Modus. Und jetzt halte ich noch einmal lang, jetzt ist es aus. Und dann siehst du, jetzt hat es rot geblinkt, ich war zuerst. Aber jetzt kann ich da drauf drücken, schau mal her. Und du siehst, da tut sie überhaupt nichts. Um es jetzt wieder einschalten zu können, müssen wir da ganz lang drauf drücken. Dann schaltet sich wieder dieser Firefly-Modus ein. Jetzt kann ich wieder ausschalten. Ja, und jetzt geht die Lampe wieder ganz normal, so wie wir sie kennen. Also das ist der Sperr-Modus. Der ist ganz entscheidend, der ist ganz wichtig. Den musst du lernen, weil sonst schaltet sich das Ding automatisch in der Lampe, in der Tasche ein. Vergeudet die gesamte Energie einerseits und wird extrem warm. Also bitte auf das aufpassen. Eine Sache noch, das habe ich vorher auch vergessen, weil das immer wieder die Frage ist. Den Modus, den du eingestellt hast, den kriegst du auch gleich wieder. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt kurz einschalte und ich schalte jetzt zum Beispiel um auf diesen Low-Modus und ich drücke jetzt einmal drauf, dann ist er aus. Wenn ich jetzt wieder drauf drücke, dann ist dieser Low-Modus auch noch immer eingeschalten. Das heißt, wenn ich jetzt den Medium nehme und ausschalte und wieder einschalte, dann ist wieder dieser Medium da. Das heißt, die Lampe merkt sich so, wie sie programmiert ist. Also den letzten Zustand. Das ist auch eine wichtige Information, die immer wieder gefragt wird. Ja, und jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, was ist mein Fazit? Also ich muss sagen, dass das Teil für das Budget eine gute Leistung hat. Und wenn du eine Lampe suchst, die jetzt nicht unbedingt... Also sie ist schon relativ schwer, relativ unter Anführungszeichen. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit der Nightcore, dann sind die auch gleich schwer. Weil was macht das? Das Gehäuse und natürlich auch der verbaute Akku. Also da ist nicht viel Unterschied. Aber das ist jetzt keine Lampe, die ich als absolutes EDC ansehen würde. Das klingt jetzt eigenartig. Warum? Weil mir persönlich das einfach zu schwer wäre als permanentes EDC. Weil wenn ich jetzt meinen Rucksack hernehme, wo mein EDC drin ist und die jetzt auch noch dazu, dann wäre mir das zu schwer. Aber zum Beispiel in einen Tourenrucksack will, jetzt sag, oder Buschkraftrucksack oder für das Survival Training, wenn ich sage, wir sind jetzt einige Tage draußen, dann möchte ich vielleicht länger Leistung haben. Ich habe vor kurzem die Fenix LD15R vorgestellt, gebe da oben den Link und natürlich auch zu mir in den Shop. Der Punkt dabei ist, das Teil ist cool. Das ist wirklich cool, weil es klein ist, kompakt kann man immer mithaben, aber hat halt nicht so lang Leistung. Also ich kann ganz einfach nicht mit den 1500 Lumen die ganze Zeit reinfahren. Oder nur sehr kurz und die hat ganz deutlich stärkere und längere Lichtleistungen, weil sie auch einen anderen Akku hat. Ich gebe da auch unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Dort hast du dann die ganzen technischen Daten von dieser TrueNight T2 noch einmal zusammengefasst. Also in dem Bereich sehe ich das. Für längere Touren, vielleicht auch für Blackout-Vorbereitungen, wenn du jetzt sagst, du willst was haben. Wobei natürlich dir klar sein muss, das ist ein Akku, der schon lang seine Kapazität hält, aber natürlich nicht so lang wie eine C123 oder so irgendwas. Also das muss dir auch klar sein. Aber die Lampe ist auf jeden Fall eine echte Überlegung wert, wenn du so etwas in dieser Kategorie suchst. So, das war es jetzt. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst, ja. Ich gebe da unten den Link auf Amazon zu diesem Teil oder eben zu meinem Molleteppich zu mir in den Shop oder den Rucksack, den ich dir gerade gezeigt habe, den Tasmanian Tiger. Also billige Eigenwerbung, so wie immer. Abo dalassen, wenn du öfter Videos von mir haben magst. Ja, da geht es direkt in meinen Shop. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.